Es muss weg. Wir wollen nicht mehr reguliert werden und wir wollen keine Gelder. Todefunden müssen wir weg. Das ist das Wichtigste an dieser Aussage. Wir brauchen keine erste, zweite oder dritte Säule. Das hat man 1950 auch nicht gebraucht. Das ist ohne gegangen und die Leute haben zu etwas gebrungen. Nein, dann hat man aber gemerkt, dass man das Ganze steuern will. Jedes muss alles bürokratisiert und gesteuert werden. Und das ist unser Problem. So, wir befinden uns hier jetzt bei der CDU in Berlin. Die haben jetzt einen Besuch mal bekommen. Und das ist unser Problem. Und das ist unser Problem.